Gäste, ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen hier zu unserem Herbstfest auf dem Waldberg. Wir haben natürlich hier in den letzten Wochen, Monaten einiges getan, um dieses ganze Gelände, dieses Allial weiter attraktiv zu gestalten. Besonders für unsere jungen Gäste, natürlich auch für die Elterngäste. Und ihr seht hier, wir haben hier eine Attraktion auf die Beine gestellt mit Hilfe von Sponsoren. Das ist also die Waldberg-Eisenbahn, die dann auch noch getauft wird von einem jungen Mann aus Karl-Westheim. Und ich möchte auch hier besonders unsere Sponsoren hier hervorheben, denn ohne dem wäre das nicht möglich gewesen. Ich möchte hier insbesondere die Frau Welker hier nennen, die einen sehr großen Teil für den Bau der Eisenbahn gesponsert oder gespendet hat. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön hier aussprechen und natürlich auch allen anderen Sponsoren, die dann hier an der Rückwand der Lok hier zu lesen sind. Wir sparen mir das alles hier im Einzelnen zu nennen. Aber an alle hier ein recht herzliches Dankeschön für Ihr Sponsoren. Ich möchte nun, sagen wir mal, die Eisenbahn für heute eröffnen. Wie war jetzt die Reihenfolge? Erst die Kelle, jetzt geht's los. Bei grün fährt sie los. Jawohl, das ist immer so. So, jawohl. Alle einsteigen. Jetzt geht's los. Ja, Noah taucht sie hier. Das ist der junge Mann aus Karl-Westheim. Einfach nur, ich taucht die auf den Namen klein weit weg. Dankeschön. Dankeschön. So. Ein, zwei, drei. Jawohl. Das Stückchen behalte ich mal. So. Dankeschön. Durch. Gelochen die Karte. Die Karte werden gelocht. Einmal stempeln. So. Wieder. Ja. Das wird gefallen, ne? Musik Musik Wenn wir das Region stärken wollen, geht man ja jedes Jahr auf Bett weiter, auf den Kindergarten und die Kinderentwicklung. Und auch in den Kindergarten an Osheim, in den Kindergarten Krankenheim und in den Hochschulen geteilt in Osheim. Der Kindergarten Krankenheim hat uns ja bisher auch sehr geholfen bei unserem U-Fahrtfestival. Also deswegen haben wir jetzt fast schon mal super im Text überreicht. Ja, also Dankeschön. Und Unterstützung auch. So helfe ich auch jedes Mal mit Kindern oder Personen, oder wie auch immer. Also, tausend Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Wir werden schon was finden, was man damit anstellt. Genau. Anstellt. Ja.